Guti, willkommen zurück zu Let's Play, dem wunderbaren Anno 1800. Wir gehen in die neue Welt, denn wir haben ja auch Tabak angebaut, den wir eigentlich schon längst auf eine andere Insel fahren wollten. War das hier vorne gleich? Hola! Warte, machen wir mal anders. Tabak, Tabak, Tabak. Hm, nein. Hier war es nicht, denn war es vielleicht hier. Ja, sehr gut. Dann können wir nämlich diesen Tabak jetzt rüberfahren, immer rüber nach Envesa. Das bedeutet, du bekommst eine eigene Handelsroute und wirst dann von der, von Envesa, nee Quatsch, von hier aus, da Tabak einladen. Gerne zweimal, wenn nicht sogar dreimal. Und wirst das dann nach Envesa bringen, hier rüber nach Taburim. So, viel Spaß. Und du hast wieder eine Expedition für diese Teile. Nee, ich bräuchte tatsächlich irgendwas für Tiere. Wir werden jetzt erstmal die zoologischen Expeditionen wieder weiter fortführen, denn wir haben keine andere Wahl. Wir müssen diesen verdammten Vogel irgendwann mal finden, sonst drehe ich hier noch am Rad, ehrlich. Den drehe ich noch durch. Ab in die alte Welt. Einmal kurz die ganzen Viecher und die ganzen Pflanzen ausladen, die wir jetzt schon wieder mitgebracht haben. Bitte schön. So, die Nutztiere werden ja hoffentlich auch unsere Leute irgendwann inspirieren, dann noch mehr zu produzieren. Das wäre schön. Dafür brauchen wir aber noch freie Gehege. Zwei Stück werde ich bauen. Bezaubernde Metropole. Neue Palaststufe. Das heißt, wir dürfen jetzt sogar schon die Tiere nutzen, um noch mehr Einfluss zu generieren. Das wäre super. Das machen wir gleich mal. Zack, dann haben wir nämlich 154 und haben den Einfluss Mäzen in Kultur. Sehr nice. Weitere Tiere mit ran. So, wunderbar. Kostet auch nichts extra. Das bedeutet, wir kriegen nur mehr Attraktivität, aber verlieren keinen Einfluss mehr. Ja, aber jetzt müsst ihr kurz warten. Jetzt bin ich gerade dabei, die ganzen Tiere erstmal einzupflanzen, die wir jetzt extra haben und die bisher noch nicht mit drin waren. So, zwei Plätze sind noch frei. Wir haben jetzt bei den Nutztieren bis auf zwei schon mal alles mit drin. Das Pferd fehlt uns noch und die Ziege. Haben wir nicht. Aber wir haben dafür den komischen Kugelfisch. Den können wir irgendwann mit reinnehmen. Was ist denn noch? Hier hätten wir das Siebpferdchen. Das nehmen wir auf jeden Fall. Dann ist das große Korallenriff auch wieder um eins vervollständigt. Die Hauskatze brauchen wir nicht. Den wilden Wasserbüffel nehmen wir einmal mit rein. Und den Kugelfisch. Wo ist der eigentlich? Ach da. Auch beim großen Korallenriff. Ja gut, okay. Dann baue ich hier noch ein weiteres Ding mit dazu. So, bitteschön. Okay, unsere Attraktivität steigt natürlich immer weiter. Wir werden so viel aufbauen, dass die Leute sich super toll fühlen und noch mehr Besucher hier auf die Insel kommen, die dann bei uns Geld ausgeben. So, Pflanzen. Dann gucken wir mal, was wir hier noch mit einsetzen können. Unter anderem haben wir... Können wir gleich ein ganzes Set irgendwie vervollständigen? Im Sumpfgebiet fehlt uns nur noch der echte Eibisch. Pfefferminze, roter Fingerhut. Ja, so richtig Set-mäßig haben wir jetzt nicht viel aufgebaut, ne? Zumindest haben wir das bei Heilig. Fehlt uns noch die Lotusblüte, indisches Basilikum. Champaka. Kommt da auch mit rein? Ja, dann brauchen wir noch weitere Module. Geht gar nicht anders. Jetzt geht auch wieder Einflussflöten, dadurch, dass wir so viel schon aufgebaut haben. Gut, Ackerwinde. Die hatten wir schon, die brauchen wir gar nicht mehr. Roter Fingerhut. Das wäre das erste Mal bei Highland. Okay, da hatten wir auch den Löwenzahn. Wo ist der eigentlich? Hatten wir den nicht gekauft? Pfefferminze kommt auf jeden Fall dazu. Dann brauchen wir noch den Löwenzahn. Hat irgendjemand von euch den Löwenzahn dabei? Nö. Du? Nö. Aber du hast ein anderes Teil. Nämlich Felsengebirgstanne. Dann haben wir wenigstens ein weiteres Set komplett. Das reimt sich sogar und ist wahr. So, zack, zack, zack. Dankeschön. Und Gebirgstanne. So, Set müsste komplett sein. Die Tanne steht auch direkt in der Mitte. Das gucken wir uns gleich näher an. Pflanzen. Das ist durch. Also Produktivität für Jagdgründe bereitgestellt, beeinflusst. Ach, die sind jetzt neu. Die haben wir dann jetzt einfach mit dazu bekommen. Das ist nice. Dann brauchen wir nämlich nichts mehr hin und her zu fahren. Wobei ich die, glaube ich, hier nicht großartig anpflanzen werde. Aber Produktivität für die Jagdhütte plus 25 Prozent. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ich hätte trotzdem schwören können, ich habe irgendwo schon den Löwenzahn gehabt. Kann doch nicht sein, dass der weg ist. Oder habe ich den mit Absicht nicht geholt? Ich habe keine Ahnung. Eine Abholaufgabe. Nutze den Tag. Jo, machen wir. Auf geht's zur neuen Welt. Dort werden wir mal kurz gucken, was er möchte. Und wo er es möchte. Retten sie Schiffbrüchiger. Hier vorne. Auch das ist ja gleich nebenan. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Bräuchte bloß mal ein freies Schiff. Gut, dass wir immer noch eins hier haben. Während du hier Kaffee und Tortillas hin und her fährst. Und vielleicht noch das eine oder andere mehr. Gut. Du fährst schon mal hin. Ich gucke hier weiter. Artefakte. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wieder neue Artefakte hatten. Ich glaube nicht. Nichts Großartiges. Deswegen lassen wir das mal noch. Obwohl wir irgendwann die vergessenen Stämme und den Bissachswurzeln wahrscheinlich vollständig haben werden. Und dann werden wir uns darum kümmern, das dann auch mit aufzubauen. Aber jetzt aktuell bringt es mir nicht so viel. Bei den Pflanzen jedoch, da sind wir überall so kurz davor, so ein bisschen was zu vervollständigen. Egal ob bei Heilig. Na gut, na aus dauert noch ein bisschen. Aber Heiland und Sumpfgebiet. Das sind sehr gute Dinge. Wir werden schon noch häufiger zusammen Tee trinken. Keine Sorge. Aber da könnt ihr mal sehen, wie viel Einfluss allein schon durch diese ganzen Gebäude drauf geht. Das ist Wahnsinn. Und es wird ja noch größer. Wir haben ja nachher einen richtig großen Zoo. Sind das hier zwei verschiedene oder zwei gleiche? Sie sehen so gleich aus. Aber das eine sind Tiger, das andere sind Leoparden. Und hier stehen sie alle aufgereiht und warten darauf, endlich mal was zu tun zu bekommen. Später vielleicht. Wir kümmern uns erstmal um Jean LaFortu. Ich möchte gerne die Beziehungen zwischen ihm und uns ein wenig aufrechterhalten. Gegebenenfalls dann auch irgendwann mal eine Allianz fertig machen. Mit Beryl sollte das auch kein Problem darstellen. Das sollte irgendwann funktionieren. So, und das bringen wir jetzt hier hoch an seinen Klipper. Dann freut er sich. Finden und holen sie Hai. Ach, hier sind Haie. Tatsächlich. Bösen die. Dadurch kriegen wir die Druidensichel für die Kühlerei Holzfällerhütten, Jagdhütten und Wanzer Holzfällerhütten. Gut zu wissen. So, ihr habt keine Möglichkeit. Ihr seid nicht verbunden mit der Stadt. Ich habe das an die Schienen rangebaut. Oh Gott, wie doof bin ich denn? Oh nein, ihr werdet mich schon darauf hingewiesen haben. Und ich habe wieder nicht gelesen. Ich habe wieder nicht zugehört. Oh, ich bin so doof. Nein, ernsthaft. Ich bin richtig doof. Zumal wir hier ja nicht mal eine Verbindung schaffen können zu der Farm. Dann muss ich die woanders hin bauen. Oh nein. So. Ach, verdammt. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Komm, dann bauen wir die Kaffee-Farm nochmal woanders mit auf. Hornaleros, nicht Obreros. Kaffee. Das. So. Was ist das hier eigentlich? Was sind das hier für Viecher? Sind das Alpakas, Lamas, Esel? Esel. Hallo Esel. Schön euch zu sehen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, und wenn schon. In Balakuri. Also hier. Ja, weil die jetzt natürlich erst mit einer Straße verbunden sind, werden die auch erst jetzt berechnet. Das ist natürlich doof für uns, aber da müssen wir durch. So, auf geht's. Also, euch einmal ausbauen. Bitteschön. Die Hälfte ist schon mal geschafft. Ja. Ihr werdet dann mehr. Ist das Boot schon eingelaufen? Wunderbar. Er ist jetzt zufrieden. Immerhin. Dann haben wir wenigstens ein paar mehr Punkte mit ihm. Er hat uns wieder lieb. Alles ist wieder gut. Handelsrecht ersuchen unmöglich. Nicht Angriffspakt erbitten äußerst gering. Ja, er ist, was die Militärstärke angeht, aber weit unter uns. Auch die gute Enhalo ist noch sehr weit unten. Können jetzt auch nichts großartig machen. Die wollen nicht, dass wir uns einschmeicheln. Den höchstens beleidigen. Ja, das trifft auf mich zu. Mom war übrigens die zählste, wie du dir denken kannst. Ja. Bei dir kann ich mir das gut denken. Okay. Dann haben wir den auch abgearbeitet. Wunderbar. So, jetzt können wir nach in Besa. Ich glaube, da hatten die schon wieder Hunger, ne? Neue Befehle? Das reicht nicht. Also musst du dafür sorgen, dass noch ein bisschen zustande kommt. Du kannst schon mal wieder runterfahren. Ach Gott, ey. Wir haben hier auch keine Möglichkeit, großartig zu handeln, ne? Außer bei ihm hier selber. Und er hat zwar einen Dromedar, aber er hat nicht diesen ollen Vogel, den wir brauchen. Berkley Fleischschneider. Mhm. Produktivität für Trockenhäuser plus 40%. Arbeitskraft erforderlich minus 35%. Schlecht ist er nicht. Also allein schon, um die Arbeitskräfte zu sparen, wäre man ja fast bereit, 200.000 dafür auszugeben. Aber pfff. So doll ist das jetzt auch nicht. Du stehst immer noch hier rum. Du weißt nicht, was du tun sollst. Ja, du hast ja auch keine Insel mehr, die du versorgen kannst. Außer deine paar Hansel, die hier irgendwo rumstehen. Gott sei Dank. Die haben wir schön ausgenockt. Also die gibt's tatsächlich nur noch auf drei Inseln. Und wir könnten auch den Rest von ihr irgendwann aufkaufen. Denn es ruhe. So teuer dürfte es nicht werden. Was willst du? Ich fotografiere Hirte mit Ziege. So, bitteschön. Ein Foto wurde aufgenommen. Was kriege ich dafür? Ich will was Schönes. Liebevoller Viehhirte. Ja, das ist aber lieb. Ich will keinen liebevollen Viehhirten. Der kann meinetwegen die Viecher knuddeln, knutschen. Wie auch immer. Das ist mir sowas von egal. Ich möchte endlich diesen verdammten Vogel, damit ich die Aufgabe in Vahadesha abschließen kann. Du kannst dich schon mal wieder vollladen mit Trockenfleisch. Oh, Trockenfleisch geht sogar runter, sehe ich gerade. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich das gerade rausgenommen habe. Du fährst schon mal mit hoch. Du bist noch auf dem Weg. Das ist okay. Wir haben, glaube ich, auch hier noch Waren mit drin. Die können wir dann das nächste Mal mitnehmen. Zumindest Hibiskustee. Der ist jetzt wieder ausreichend vorhanden. Auch in dieser Stadt. Das freut mich sehr. Hier, dann sind die Leute wenigstens gut drauf. Das sind die wahren Reichtümer. Na gut, mehr oder weniger. Also wir werden Trockenfleisch wahrscheinlich noch mal mehr anpflanzen müssen. Wir brauchen dann noch mehr Rinder. Und dann hatten wir hier vor, auch die Pfeifen fertigzustellen. Denn immerhin haben wir so viel Lehm, der jetzt nicht mehr zu Lehmziegeln verarbeitet wird. Den könnten wir dann nutzen, um die Tonpfeifen zu erstellen. Aber das wäre auch gar nicht so wichtig, um euch größer zu machen, oder? Ihr wollt ja eher die Chroniken. Um die könnten wir uns auch noch mal irgendwann kümmern. Im Moment haben wir ja wenigstens noch ein bisschen mehr Einfluss. Könnten tatsächlich auch die Zeitungen beeinflussen. Wäre überhaupt kein Problem. Was war das hier? Die Lehmschöpferei. Ja, theoretisch könnten wir dann auch die Handelsroute hier runterbringen. Und dann können die meinetwegen auch die Lehmdinger fertig machen. Aber wir haben hier nicht so viele Leute. Deswegen will ich mich hier hauptsächlich um Papier kümmern. Und Indigo gibt es hier ja auch. Also Papiermühle. Die stellen wir jetzt schon mal hin. Dann steht die so weit. Wunderbar. Dann brauchen wir jetzt das Holz. Das Holz aus unserer Welt. Aus der alten Welt. Heißt, ich brauche eine weitere Handelsroute. Du hast nichts zu tun. Die Ave Maria. Du wirst dann immer Holz mitbringen. Zum Öffnen. Anklicken. Von hier nach Envisa. Da unten hin. Normales Holz. Erstaunlicherweise haben wir gar nicht so viel Holz. Ich habe echt gedacht, das wird mehr. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Dann werden wir nochmal in der alten Welt. Die eine Stadt dazwischen. Klemmporzelei. Das dürfte reichen. Die dürften ja dann noch ein bisschen mehr haben. Du gehst nach oben. Lad mal noch Holz ein, dass du da wieder ausladen kannst. So. Und dann sind alle vier besetzt. Alles ist gut. Das Schiff fährt los. Wird sich denn hier aufladen mit dem ganzen Zeug, das es braucht. Du hast auch noch die anderen Waren mitgebracht. Dankeschön. Fahren wir zur Seite. Ja. Ich glaube auch. Okay. Und wieder eine neue Aufgabe hier vorne. Okay. Was entspricht denn diesmal dem Enigma? Was ist klein, rund und weiß und wird von Frauen als Schmuck getragen? Perlen, meine Lieben. Also ab in die neue Welt. So. Geschafft. Und hier haben wir jetzt auch eine Kolonie. Schön. Sehr gut. Wir haben mittlerweile sehr viele Leute. Das wird uns dann... Velocipedistin. Hochradwerkhalle. Gut zu wissen. Velociraptor. Der ist auch damals... Also das war ein Dinosaurier. Der ist damals mit dem Fahrrad immer durch die Uhrzeit gedüst. Und deswegen hat man ihn Velociraptor genannt. Und das war die Velociraptistin. Ab in die alte Welt. Meine Güte. Hier ist was los. Doch. Okay. Also Holz geht hin. In Envisa werden sie dann bald Papier herstellen. Das Papier, was bisher hergestellt wurde, festgestellt wurde, wird dann jetzt verarbeitet zu Chroniken. Das bedeutet, wir brauchen die Indigo-Farm. Hm. Könnte ich mal aufhören, so viel Farmland zu wollen. Danke. Okay, ich kann noch eine weitere mit hinbauen. Das dürfte funktionieren. Die Indigo-Farm haben wir. Dann brauchen wir jetzt die Buchmalerei. Die offensichtlich nicht bis nach unten kommt. Da muss ich noch Steinstraßen bauen. Geht gar nicht anders. Also, älteste Hirten. Brauchen wir nämlich auch noch ein paar Älteste nachher. Ja, ist ja gut. Lagerhaus kommt hier auch nochmal mit hin. Okay. Hier ist schon wieder ein Auftrag. Was habt ihr denn nun? Woran es uns auch mangelt. Wie soll man die Herrlichkeit der Sache legt jetzt in ihren Händen? Was willst du? Gold? 40 Tonnen Goldbarren. Ja, du hast ja wohl nicht alle. Ha. Nee. Mach ich nicht. Ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Also, erst mal das eine Schiff. Neue Befehle. Hat ja, soweit alles abgeladen wird. Dann wieder zurückfahren. Glücklicherweise geht Trockenfleisch wieder nach oben. Also, es ist nicht so, dass die davon zu wenig haben. Alles ist gut. Und wollt ihr eigentlich schon die Chroniken? Oder bastel ich die jetzt ganz umsonst? Nein, ihr wollt sie noch nicht. Und Trockenfleisch müsste ich dann auch noch mehr wieder mit ranbringen. Hier unten wird auch welches produziert. Das heißt, theoretisch kann ich diesem Schiff sagen. Oder auch nicht. Weil es einfach zu wenig Warenlagerplatz hat. Ach, verdammt. Auf ihren Befehl. Du hast auch noch Trockenfleisch dabei, ne? Das ist es aber schön, ist das. Theoretisch könnten wir auch hier noch ein bisschen was produzieren. Dann könnten die wenigstens das, was sie haben, selber verbrauchen. Andererseits haben wir hier noch so viele Möglichkeiten. Wir nehmen einen der Schoner, packen das jetzt aus und werden dann sagen, dass der Trockenfleisch hochbringen soll in diese Stadt. Denn die ist mir wichtig. Die soll auf jeden Fall erblühen. Und dadurch, dass die sowieso produzieren, wird ja das, was in der anderen Stadt produziert wird, nicht komplett verbraucht. Das ist okay. Beryl und Willi, die streiten sich immer noch. So, du bekommst eine Handelsroute. Und zwar von hier nach da. Nur weil ich ein paar Probleme mit deinen Freunden habe, lässt du mich doch nicht gleich fallen, oder? Oder? Allianzen mit beiden aufkündigen. Verbünden sie sich mit Enhalo. Äh, dazu sag ich nix. Dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Ach, nö. Es ist richtig, sich denen zu widersetzen, die nicht aufhören. Die Waffenruhe wurde beendet. Schiff unter Beschuss. Ne, das kann ja was werden. Schiff unter Beschuss. Voraussetzungen für irgendeine Aufgabe sind nicht mehr erfüllt. Pass auf, da müssen wir Diplomatie, sie zumindest, zu einem Waffenstillstand zwingen. Heute ist kein guter Tag, um zu sterben. Nein, wir brauchen... Ich verspüre Feindseligkeit. Wir brauchen keinen Krieg, wirklich nicht. Also, da machen wir zumindest Frieden. Hast du dir alles vergessen, was ich dich gelehrte? Schiff unter Beschuss. Aber das, wenn wir eine Allianz machen, ist halt nicht mit drin. Das werden wir nicht schaffen. Schiff unter Beschuss. Dafür hat Willi einfach zu viele Feinde. Schiff unter Beschuss. Ist gut jetzt, ja? Schiff unter Beschuss. Okay. Jetzt ist Zuladur hart an Attraktivität verloren. Ist irgendwas abgefackelt oder so? Irgendwas in die Luft geflogen? Ne, da ist wahrscheinlich nur ein Fest vorbei. Gut, das ist in Ordnung. Ja, und eigentlich kann ich diese ganzen Module abreißen. Das würde mir auch nochmal ein bisschen was bringen. 40 Einfluss. Haben oder nicht haben. Im Moment brauche ich diese Sachen dort nicht. Es reicht tatsächlich, wenn wir hier erstmal alles soweit aufbauen. Gegebenenfalls hier noch Einfluss investieren. Um dann noch das ein oder andere Set zu vervollständigen. Jetzt großartig neue Sets anfangen, wäre Blödsinn. Und hier ist immer noch nichts von dem, was ich brauche. Aber das war bei dir auch nicht zu erwarten. Dann gehen wir wieder nach Embesa, wo wir das ein oder andere schon mal vorbereitet hatten. Habe ich der Handelsroute jetzt gesagt, was sie tun soll? Oder war ich gerade beschäftigt? Ich war gerade beschäftigt. Okay. Handelsroute. Du fährst von hier nach da und lieferst immer Trockenfleisch. 50 rüber nach Taborim. Das reicht. Du brauchst auch nicht zu viel zu liefern. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig ausreichend. Du hast noch genug, um die nächsten Leute wieder zu versorgen und alles hübsch zu machen. Ihr seid ein bisschen ausgenudelt, habt ein bisschen viel zu tun, aber das wird sich wieder legen. Und hier wollten wir noch für weitere Älteste sorgen. Gut, reicht. Das war's. Mehr kriegt ihr nicht. Dann können wir hier nämlich auch die Ältesten größer werden lassen, ohne dass uns irgendwas fehlt. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Großer Stadtteil. Jetzt wollen sie auch die Chroniken haben. Ein Krankenhaus und Brillen. Ja, Brillen werdet ihr so schnell nicht bekommen. Aber ich glaube, die braucht ihr zum Größerwerden. Nein, ihr braucht später nur die Laternen. Jetzt braucht ihr erst die Chroniken. Ach, guck mal. Älteste Forschungspunkte plus eins, wenn sie Chroniken haben. Das ist natürlich nicht schlecht. Dankeschön. Das finde ich gut. Das heißt, wir bauen automatisch Forschungspunkte auf, nur weil wir ihnen Bücher geben. Cool. Ich sehe, dass ihr ein Abo da lasst. Und ein Like. Und ihr schaut das nächste Video.